Können wir laufen? Hey! Kriechen Babys echt aus einer Scheide? Wer sagt denn sowas? Tun sie das? Ähm, ja, das tun sie. Wow. Und wo bist du auch aus einer Scheide gebrochen? Ähm, möchtest du ein Eis? Eis klingt ja vor. Das ist eine sehr gute Idee. Ist das richtig? Okay, also... Was ist jetzt der... Ich auch. Ich bin das auch. Und was ist mit dir? Ich glaube, dass du dafür noch etwas... Ja, ja, auf mich trifft das auch zu. Wahnsinn! Unsere Familie kam aus einer Scheide raus. Caitlin! Unsere Familie kam aus einer Scheide raus.